Liebe ist, wenn man aufeinander zuhört und auch mal über Kleinigkeiten hinweg sieht. Jeder hat ja mal ein paar Macken und Fehler. Ja, und das darf man alles nicht so eng sehen. Wenn man 50 Jahre verheiratet ist und noch aufeinander steht, dann ist das Liebe. Liebe ist, sich nicht immer gegenseitig in die Augen zu sehen, sondern gemeinsam den gleichen Weg zu gehen. Oder in die gleiche Richtung zu sehen. Liebe ist, wie sagt Erich Fried, was es ist? Liebe ist gar nicht so einfach, aber wir haben es durchgehalten. Es ist immer noch so wie vor ungefähr 50 Jahren. Ein dynamischer Prozess, der nie aufhört. Liebe ist, dass wir 50 Jahre verheiratet sind. Toleranz, Zuverlässigkeit und Zuneigung. Liebe ist Vertrauen, Miteinander, Füreinander. Punkt.